Im Winter fahren viele nach Ägypten und kommen dann zurück ganz sonnverbrannt. Doch andere Leute, zum Beispiel die Verliebten, die reisen wieder gern ins Schweizerland. Man sieht sie in Davos im Pontresina, Davos am schönsten ist, trifft man sie an. Jedoch zu mir sagt halt das Fräulein Lina, ich fahr nur gern mit der Franz Josefs Bahn. Mein Schatz ist bei der Feuerwehr in Kretzendorf, in Kretzendorf. Er freut sich, wann es brennt, weil er dann spritzendorf in Kretzendorf. Und ist bei uns grad am Land kein Feuer zur Hand. Das macht nichts, denn wir sind in mein Hand verbrannt. Mein Schatz ist bei der Feuerwehr in Kretzendorf, in Kretzendorf. Der kleine Mädchen heiser sehnt des Zieles, ein Jüngling in der schmucken Uniform. Was gibt halt schon ein Mann, der in Zivil ist? Ja, nur die Uniform, die wirkt enorm. Die Mitzi sagt, der meine ist gefreiter, er steht als Posten beim Monturdepot. Doch Lina meint, da bin ich schon gescheiter. Ich hab'n Hauptmann, wollen sie wissen wo? Mein Schatz ist bei der Feuerwehr in Kretzendorf, in Kretzendorf parat. Er freut sich, wann es brennt, weil er dann spritzendorf in Kretzendorf parat. Und ist bei uns grad am Land kein Feuer zur Hand. Das macht nichts, denn wir sind in mein Hand verbrannt. Mein Schatz ist bei der Feuerwehr in Kretzendorf, in Kretzendorf parat. Und ist bei der Feuerwehr in Kretzendorf parat. Feuerwehr in Kretzendorf, in Kretzendorf parat.